Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir! Ich habe schon einiges getan, habe ich euch nicht mitgenommen und wir haben es aber jetzt auch schon gleich halb zwölf, nicht halb zwei, halb zwölf und diesen Hund da habe ich schon geduscht. Ihr habt heute Friseurtermin, die Dame da, ne? Ja, ich bin noch nass. Und dann die lassen wir trocknen, ich habe aber extra jetzt die Heizung angestellt, dass es hier wirklich warm auch für sie ist, dass sie nicht friert, weil draußen ist es im Regnen und eher frisch. Theoretisch könnte ich die Jacke auch rausziehen, ist es jetzt wirklich schön warm drin. Genau, ich hatte eigentlich geplant, den Vogelkäfig zu machen, dann habe ich aber festgestellt, dass ich gar kein Streu mehr habe, also geht das schon mal nicht. Aber ich werde zumindest dort saugen und das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben endlich Tisch und Stühle bekommen. Das sieht jetzt, falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, so aus. Das wird ja noch ersetzt und das dort wird noch ersetzt und so sieht das aus. Mir gefällt das sehr schön dort, so die Ecke. Ja, es kommt langsam, langsam aber sicher. Und ja, ich werde dort saugen, ich habe noch vor Sport zu machen und das muss ich noch aufräumen. Und das Büro habe ich mir auch vorgenommen, aufzuräumen und ja, genau so sieht es aus. Ich werde wahrscheinlich zuerst die Küche aufräumen und machen, weil da gibt es wirklich nicht so viel zu tun, wie man sieht. Es ist wirklich nur so ein bisschen Geschirr dort einräumen und da alles und dort Ordnung. Das muss ich putzen. Und ja, genau so. Das mache ich jetzt ganz schnell, wenn es ist erledigt und was gemacht ist, ist es gemacht. Die machen da draußen irgendwas, ja. Ich werde jetzt die Küche machen. Genau. Bis gleich. Das sieht jetzt mein Essen aus. Ich habe mir da Paprika mit Frischkäse gemacht. Aufs Brot habe ich mir sehr viel darauf gepackt, das ist noch Panika, Gurke und eine Schale Erdbeeren, aber die ist eher für später. Ich werde erstmal nur das essen und das eben dann später. Und das muss ich mir jetzt schmecken. Genau. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es wird wahrscheinlich hauptsächlich ums Putzen sich heute drehen und ums Aufräumen. Bei uns sieht es wieder aus. Ja. Genau das werde ich aufräumen. Man sieht da schon so ein paar kleine Sachen. Und das werde ich jetzt ganz flott erledigen. Auch dort hinten das Zeug und alles. Auch was da oben da steht, will ich endlich weg haben. Und heute holt der liebe Mann eine Fernsehkommode. Das heißt der Fernseher wird ein bisschen höher sein. Die Lampe kommt dann weg. Und das kommt ins Büro von ihm. Und Vorrat und alles. Das muss ich gucken. Weil da das My Home. Das sieht da so ein bisschen gequetscht aus. Ja. Genau. Das ist jetzt mein Plan. Und ich präsentiere euch einmal Nika. Frisch geschoren. Und sie hat ein Zeckenmittel drauf. Nenika. Ja. Weil beim Friseur hatte sie jetzt zwei Zecken gehabt, die gezogen werden mussten. Und bevor sie dann noch mehr kriegt. Ja. Aber genug labert. Ich würde sagen, ich lege hier einmal los. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay. 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 So die Pancakes sind fertig. Ich habe mir noch ein bisschen Nutella drauf gemacht. Ich werde nicht alles nehmen denke ich. Ähm. Ich habe mir sechs Stück. Sieben genommen. Genau. Und die lasse ich mir jetzt bereits schmecken. Das ist nämlich mein Frühstück und ja. Mein Frühstück und quasi auch Mittagessen. Ich werde erst wieder am Abend dann was essen. Und ja. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Ich werde jetzt das Frühstück und Chaos einmal beseitigen. Aber bevor ich das mache. Muss ich den ausräumen. Genau. Sieht einfach schrecklich gerade aus. Na dann. Ich mache mich an die Arbeit. So. Ich habe gesehen dass ich das letzte Video gar nicht beendet habe. Und möchte das hiermit auch tun. Und. Ich werde gleich ein neues Video. Neuen Vlog starten. Und deswegen sage ich hier. Tschüss. Und. Wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Ciao.